Wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen Dead-End-Situationen, ne? Wir können nur zurück. Mehr Wege gibt's ja nicht. Eine finstere Rüstung klingt irgendwie sehr, sehr gut. Bin ich mal gespannt, ob das Ding auch so gut ist, wie ich es vermute. Und wir dürfen nicht so viel mit unserer Fackel hier rumlaufen. Wir haben nämlich bald keine Zeit mehr dafür. So, rollen wir mal hier runter. Machen mal alle Dry-Fackeln hier an. Ja, da kommen wir jetzt natürlich da oben nicht mehr hin. Ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Wir nehmen uns erstmal den Feuerjungen hier vor. Wenn wir ihn dann richtig erwischen. Hast du eine Fackel für uns? Ne, ne? Warte. Machen wir die an. Das hätte auch schief gehen können gerade. Irgendwie wollte er schon wieder einen Sprungangriff machen, den ich so gar nicht befohlen hatte. Irgendwo höre ich hier ein Hundchen. Da sehe ich es sogar. Und auf Wiedersehen, Hundchen. Wo kam denn der jetzt her? Ach so, hier aus dem Raum. Das ist ja die Ecke von vorhin, ne? Daneben geschossen, Jungs. Daneben. Ah, der hat getroffen. Schnee weg, bevor sie uns hier wirklich noch vergiften. So, und jetzt sind wir ja wieder auf dem Weg, wo wir vorhin auch waren, wo wir unsere Seelen verloren haben. Genau da hinten liegen sie. Oh, klasse. Nicht schon wieder. War das nicht toll? Jetzt sind definitiv unsere 17.000 Seelen dahin. Also, vielen Dank an den Rattenboss, dass er uns die tollen Seelen gegeben hat, aber wir haben es gerade richtig versaut. Oh Mann. Und wir müssen langsamer, äh, unsere Leben wiederherstellen. Es werden immer weniger, die wir da haben. So, und dann einmal hier lang. Das war ja der richtige Weg. Zweimal an derselben Stelle, ey. Wegen einem so einen blöden Vieh. Ich stelle mich aber auch richtig doof an, ne? So, da haben wir eine Fackel. Und hier sonst noch Gegner? Alter! Der hat uns gerade fast umgehauen. Und natürlich schön von hinten. Komm, hier oben war da auch noch einer. Oder? Ne, hier oben ist nur eine Kiste. Schon mimik. Nein. Aber da haben wir drei schwarze Feuerbomben. Und da hinten sind unsere Seelen. Da müssen wir hinkommen. Obwohl es jetzt halt auch nicht mehr wehtut, noch Seelen zu verschenken. 20.000 haben wir jetzt schon im Wind gesetzt. Da kommt's auf die anderen 8.000 auch nicht mehr an. Und jetzt kommt's auf die anderen 8.000 auch nicht mehr an. Ja, es könnte so einfach sein. Es könnte so einfach sein. Mann, Mann, Mann. So. Unsere verlorenen Seelen. Das kannst du schön lassen, Kollege. Und du auch. Kommt mir hier alle her? Okay, ich würde sagen, wir machen unsere Fackeln nochmal an. Versucht mit springen. Warum soll ich denn hier nochmal runterspringen? Waren doch hier schon überall. Ne, danke, Leute. Ne, das muss nicht sein. Menschenbild weit mal nehmen. Einmal unsere Leben wieder herstellen. So, haben wir hier einen Fackelkopf? Ja, da drüben. Den machen wir mal an. Und da unten hängt sehr viel Fleisch rum. Waren wir da nicht schon mal? Hm. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn es da irgendwelche Items gibt. Wir schauen mal weiter. Möchte jetzt nämlich endlich mal wissen, was hinter dieser Nebelwand ist. Uh, was bist denn du? I, I, I. Oh, I. Ja, klar, von... Oh, nein. Die kommen noch normalerweise wieder, oder? Ach, da hinten steht er. Ganz alleine. Ein Fallschuss in den Hals. Reicht für den Kollegen? Das ist ja einfach. Hallo, Vorsicht. Nein! Nein! Okay. Hier kann man also abstürzen. Und da hängt ein Schmetterling. Naja, haben wir uns die Ecke zumindest jetzt auch angeguckt. Fuck, 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 ey. So, wo war der Schmetterling? Da. Das ist aber auch unfair, ja. Der ist ja richtig dunkel gewesen. Und dafür gibt es ein verwelktes Dämmerungskraut. Was auch immer das macht. Wir schauen hier mal noch rein. Da haben wir weitere schwarze Feuerbomben. Joa. Und wie kommen wir jetzt wieder nach oben? Da haben wir sehr viele Giftspritzer. Und wahrscheinlich müssen wir da auch einfach wieder rüberspringen. Ja, klar. Da hat uns das Gift doch noch erwischt. Da ist ein Leuchtfeuer. So. Nicht panisch werden. Wir setzen uns hier hin. Leuchtfeuer entzündet. Sehr, sehr geil. Und, äh, bitte auf die Leben achten. Das Gift ist böse. Das Gift ist sehr, sehr böse. So, aber wie kommen wir von hier jetzt wieder weg? Ich sehe irgendwie keine Möglichkeit, in dieses Gebäude hier reinzukommen. Können wir das irgendwie kaputt schlagen oder so? Ne. Nehmen wir mal eine Fackel mit. Vielleicht hilft uns das. Das war gerade ein bisschen doof. Machen wir es mal so. So. Machen wir mal hier Licht. Wie kommt man zu euch da rein? Irgendwas schießt... Ah, klar. Das Ding auf den Boden schießt immer weiter. Ist das hinterhältig? Ja, aber wie kommt man da jetzt rein? Ah, so. Wer ist der? Oh, Vorsicht. Da ist eine Leiter. Und ein Loch. Und da steht noch so eine Giftspritze. Genauso wie da drüben noch mehrere Giftspritzer sind. Ja, dich habe ich gehört. Dich habe ich gehört. So, und dich sehe ich auch. Kommt ihr denn alle her, Leute? So, wie machen wir denn den da fertig? Gar nicht. Den machen wir gar nicht fertig. Und unsere Fackel ist wieder ausgegangen. Super. So, was haben wir jetzt aber davon, hier nach unten zu gehen? Da ist noch ein Item. Okay. Da sind viele Items. Würde ich sagen, gucken wir uns später an. Wir durchqueren erst mal diesen Nebel. Wird uns ja hier direkt rüberführen. Boah, Alter. Was die für eine Reichweite haben. Das ist nicht feierlich. Das ist echt nicht feierlich, die Jungs. Einen weiteren Giffeil. Insekt voraus und dann Insekt. Lagen hier nicht irgendwo meine Seelen rum? Igitt. Igitt, igitt. Und irgendwer trommelt hier. Alter, was ist das? Was ist das für eine Riesenlarve? Oh, wir können sie zumindest mit dem Bogen angreifen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ruhig bleiben, sagt das Spiel. Okay. Kann sie auch per Hand angreifen? Das ist eine Riesenameisenkönigin oder was. Igitt. Oh, die hauen wir um. Treffen wir sie überhaupt? Ja. Bäh. Was hat denn die gute Dame bewacht? Giftiges Moos, giftiges Moos und giftiges Moos. Toll. Traurigkeit. Ich heiz nicht aus. Hilfe. Versuch Insekt aber Loch. Was hat dieses Riesenvieh da jetzt gemacht? Ruhig bleiben, ja. Das ist ein sehr guter Tipp. Aber hilft uns nicht wirklich weiter. Mehr ist hier auch nicht, ja. Eine reine Sackgasse. Und da oben sind meine Seelen. Ah, ja. Verstehe. Aber. Erstmal nehmen wir die Giftspritze hier noch weg. Ähm, wir kommen ja jetzt gar nicht nach oben. Wir müssen erstmal nach unten. Wir können nur die Leitern nach unten gehen. Und hier sind auch schon wieder sehr viele gestorben. Fein voraus, kurz gesagt, gut hinsehen. Holla, die Waldfee. Da ganz unten ist noch irgendwo was. Aber ich wollte doch eigentlich oben durch die Nebelwand. Wie kommt man da jetzt wieder hin? Dammit da. Axt. Das hätte schief gehen können. Komm, spring, beweg dich. Alter Falter. Gut, dass wir den Katzenring noch drin hatten. Ansonsten wären wir jetzt hingewiesen. Alter. Das war knapp. Das war richtig verdammt knapp. 20 Lebenssteine. Wow. Das hat sich gelohnt. Finsterer Nebel und eine Fackel. So, was versteckt ihr da? Ja, die kriegt man so wieder nicht kaputt. Natürlich nicht. Und die machen unsere Haltbarkeit kaputt. Super. So, nehmen wir mal kurz ein zerbrochenes Diebesschwert. Das ist ganz okay. Ja, es hat nur die Ausrüstung beschädigt. Unser Schwert blieb unberührt. Unversehrt. Wow. Hier geht's nur nach unten. Aber, mach mal. Ein Duftzweig. Tod voraus. Kurz gesagt, spring. Ich springe hier definitiv nicht runter. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Oh, dieses Spiel. Hilfe. Ich will hier nicht hin. Ich will hier nicht hin. Aber wir müssen. Die schwarze Schlucht. Hm, schöne Ecke. Schöne Ecke. Spuckt ihr jetzt immer noch Gift? Ah, guckt mal. Ein Leuchtfahrer. Sehr gut. Dann würde ich sagen, reisen wir nochmal zurück. Das ärgert mich nämlich ein bisschen, dass wir jetzt so viele Sachen da haben liegen lassen. Und, äh, wir gehen nochmal zum oberen Loch. Die Ecke kennen wir ja jetzt mittlerweile. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Das ist ein bisschen. Wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Wauw, wauw, wauw. Wauw, 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 wauw. Wauw, 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 wauw. Wauw, wauw, wauw. Wauw, 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 wauw. Okay, interessant. Na gut, gucken wir mal weiter. Untertitelung des ZDF, 2020